Herzlich willkommen! Servus! Servus! Ich will ihn gerade sondeln, aber nach dem Video war mit. Und jetzt schauen wir, was wir finden. Auf der Wiese, und am Feld. Du begleitest uns heute einmal. Einfach drauf drücken. Jetzt hab ich angedruckt. Der Nagel. Der meine Füße. Gut, dann machen wir's. Das ist so ein Teil, wo wir immer zum Schrank zusammenbauen benutzen. Ja, keine Ahnung. So ein wiechse Ding, Alter. Jetzt grab du mal das aus. Komm, grab. Ich will das sehen. Gut. Ich will da sehen, wie du da reingrabst. Ja, echt? Ja? Ja, dann. In die Härte des Todes. Todeshärte, Alter. Er ist so. Ich grabe diesen Boden. Überall sind Steine. Weißt du, was der alte Begriff war für die Oberpfalz? Ja. Schlaupfalz. Scheiße. Alter, Alter. Was ist das? Kleine Kutzel? Ja, ja. Gib mal her. Halt! Hör mal! Siehst du? Nein. Ich check immer wieder. Ja, ein Euro, oder? Ja. Ja, Wahnsinn. Dann gehen wir endlich zum Acker da drüber. Ja, geil. Ja, gehen wir da und dann zum Feld. Halt. Lachen wir es ja. Aluminium. Das da. Eine Dose, Alter. Tuben ist das. Meine Fresse, Alter. Tuben Senf ist das. Was ist das? Senf? Ja, weiß ich nicht. Aber blau, das schön aus wie Senf. Wir wechseln jetzt mal die Location. Ja. Und zwar von der Wiesen zum Acker. Kann man auf der Wiese, kann man quasi, kannst es auf der Wiese halt besser gehen, aber schwieriger reinstechen. Und am Acker kannst es halt schwieriger gehen, aber leichter reinstechen. Das ist Astreiner Quarzähä. Ja, voll krasser Quarzähä. Schau da hin, du. Überall liegt die gerade auf dem Feld. Ja, durch Quarzfeld. Was? Tief weg. Da, Ausschlag. Ja, warte. Ja. Oh, geil. Da kann man richtig schön weg rum. Ja. Krabbel, auch gut. Da braucht man. Da ist ja, schau. Ja, schau. Da, 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 da. Ein. Filmt diesmal. Gut. Ein Eisen. Yeah. So. Gut. Nichts, dass wir da sind. Ja, letztes Fett, Alter. Ja. Nichts sehen, Feldfläche, du. Nichts sagen, hey. Huuhuhu. Alter. Das ist der... Der Typ hat im Schuh steine drinnen zu sparen, obwohl ich nicht auf Steine draufgetausch bin. Da bin ich auch gespannt. Ich muss da irgendwas finden. Komm, hau dich über die Heise. Da war es doch gerade. Da. Das ist der. Gut. Das ist der. Ja, dann durch halt Wasser. Ja, was? Ja, bloß weil du es ... Ich will auch finden so. Gut, ich hab so ein Gräber dabei. Alter. Du gibst genauso schnell wie ich her. Was? Mitleinander nehmen. Tester. Ja. Ja. What the fuck? Was ist das? Das ist ein Stein. Da verraste Alufolie. Ja, Alu. Es ist das erste Mal, dass man in die Sonne reingucken kann, außer sich zu verbrennen. Also es ist nice. Ja, also gerade haben wir einen Bierdeckel entdeckt. War ein Bierdeckel oder ein Flaschendeckel? Bierdeckel. Nein, nein, warte mal. Es war ... Ich hab aber nicht dieses Zacken ausgenommen. Ich glaube eher ein Flaschen. Flaschen. Das läuft. Das ist es nicht. Was ist da? Hier ist ein Blatt. Hast du alles gut aus? Das ist das Rasen. Was ist das? Was ist das? Das ist wieder so ein Scheiß ... Deckel ... Alter, meine Fressi. Da, das ist wieder so ein ... Fickte Wichser Alufolie, Alter. 99. Ja. Wir gehen hier Spalte für Spalte durch. Bei der Wiese halt nicht weiter. Also auf den Feldern haben wir jetzt das Meiste gefunden. Aber wir haben nur Abfall gefunden. Nicht das Feld liegen. Aber so ein ... Was? Nicht das Feld liegen. Eisen ... Nagel. Das war ... Wir zeigen dann das. Was wir gefunden haben. Eingepimmel, Alter. Ist das zu ... Unglaublich. Mal schnell das Ding. So, das ist der letzte ... von 100 Nägel, Alter. Ja. Und auch das Ende dieses Videos. Wir checken noch einen anderen Acker. Ja. Ich kann ihm glaube ich sagen. Genau. Quasi so halt von der Weiten. Und ... Jomen. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, die Funde, die schicken wir uns. Weil ich hab quasi jetzt so einen Beidl halt. Ne? Mit lauter Krampf drin. So alte Nägel. Mitgenommen halt. Ja. Genau. Zur Entsorgung. Ey, die sollten das aber auch mal waschen. Ja, kannst du waschen. Und ... Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis auch, Leute. In diesem Sinne. Let's jetzt auch so einfalls. Tschüss. Uhuhu.